Musik Ich bin Arno Stein, Geschäftsführer und Direktor des Museums Franz Gerz in Burtdorf. Die gemälde vier Jahreszeiten hat der Künste Franz Gerz gemalt in den Jahren 2007 bis 2011. Ihr seht darauf den Weltweg, den sich Kinder bei seinem Atelier befinden. Johanna Eise ist eines der berühmtesten Werke von Franz Gerz. Die Frauenporträts sind ganz anders, weil Franz Gerz sie in Holz geschnitten und später gedruckt hat. Musik Einmal hatte ich das grosse Glück, dass ich dem Künste Franz Gerz beim Holz schneiden durfte. Er steht hier vorne und jeder Punkt, den er hier sieht, schneidet er mit dem kleinsten Stechen zack, 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 rausschneidet und jeder Punkt sitzt. In späteren Jahren hat der Künste sich vor allem auf Naturbilder in seiner Umgebung beschränkt. Sehr beeindruckend sind natürlich bei Franz Gerz die Grösse und die Tiefen in den Naturbildern. Dank Swisslos konnten wir unser Museum erweitern. Musik 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 Musik